Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite Video von mir und in diesem Video habe ich wirklich ein richtig heftiges Thema. Ich habe darüber schon einmal geredet, ganz kurz, aber jetzt habe ich sogar richtiges Videomaterial und das möchte ich euch auch in diesem Video zeigen, denn es soll um die neue Engine in Fortnite gehen und ich zeige euch, wie diese Engine in Fortnite aussehen könnte. Also bleibt auch immer bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen, gerne auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code META-8 im Gegensatzjob eingeben, was nämlich komplett kostenlos für euch. Schickt es mir bei Instagram, ich mache ein Repost und poste euch in meiner Story und markiere euch sogar da drauf. Dann würde ich jetzt aber sagen, fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Ja, ihr habt ja richtig gehört, es soll in Fortnite eine neue Engine erscheinen und diese Engine soll wirklich sehr, sehr krass sein. Diese Engine nennt sich Chaos Engine und kommt in der neuen Season zum ersten Mal in Erscheinung. Und das Ganze ist sogar so heftig, dass Epic Games nochmal extra zwei Wochen braucht, um diese zu testen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es wirklich sehr geil aussehen könnte und ich habe euch sogar in diesem Video mal etwas vorbereitet, wo ihr so einen kleinen Einblick reinbekommt, wie das Ganze wirklich in Real Life aussehen könnte. Also zumindest in der Praxis mit dieser Chaos-Physik und die sieht wirklich schon echt krank aus. Sie sieht echt wild aus und deswegen dachte ich mir, ey, ich muss euch das Ganze zeigen. Ich muss dazu sagen, es ist nicht ein offizielles Gameplay, sondern es ist ein bearbeitetes Gameplay von einem YouTuber, der nennt sich Envy, wenn ich das richtig verstanden habe, wird auch unten in der Videobeschreibung definitiv verlinkt. Also Props gehen raus an den, der hat wirklich richtige Arbeit geleistet. Das sieht einfach heftig aus. So wie ich es heraussehen konnte und heraushören konnte und auf Twitter gelesen habe, soll er sogar Designer sein für sehr große YouTuber. Und deswegen hat er es auf jeden Fall verdient, also Props gehen da auf jeden Fall raus an ihn. Jetzt blende ich euch im Hintergrund aber mal ein Video ein, wo ihr das Ganze sehen könnt, wie das Ganze erscheinen könnte. Denn Envy ist ein Plug-in oder eine Engine, die wirklich sehr, sehr realistisch ist. Diese Envy, ja, diese Engine und diese Physik, diese Chaos-Physik ist so krass, dass man wirklich wahrscheinlich Gebäude zerbröckeln sehen könnte. Also man könnte richtig sehen, wie diese Holzplatten oder, ja, wie soll ich sagen, diese Holzplatten, ja, Bänke und sonst was komplett kaputt gehen und man wirklich sieht, wie das zersplittert. Und das finde ich echt heftig. Oder, ja, Gebäude, die aus Stein gebaut sind, die dann abbröckeln, bevor sie explodieren und bevor die Wand kaputt geht, das könnte ich mir geil vorstellen. Was ich da ein bisschen problematisch sehe, ist dann die, ich sag mal so, die Leistung auf den Konsolen. Denn man hat es ja auch schon in den letzten Seasons gesehen, dass dann doch Fortnite oder zumindest das Spiel ein bisschen überfordert war und ein bisschen gelegt hat auf den Konsolen. Das finde ich sehr schade und da bin ich sogar tatsächlich am Überlegen, wie man das Ganze sozusagen vereinbaren könnte mit der neuen Engine. Vielleicht ist sie stabiler, vielleicht ist sie leistungseffizienter und man kann damit mehr Leistung erzielen und weniger Leistung verbrauchen von der Konsole. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr krass. Aber da lassen wir uns definitiv einfach mal überraschen. Eure Meinung zu dieser neuen Physik? Gerne mal in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr immer mal Video-Ideen in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen möchtet. Ich halte euch ja immer auf dem Laufenden, was so Infos angeht, was Fortnite angeht. Aber ich hätte auch Lust, ein bisschen mehr zu machen. In Zukunft ist auch auf jeden Fall einiges geplant. Neues Equipment ist bestellt worden. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like, dann natürlich auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code methe-8 im Gegensatzschub eingeben. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Werbung Werbung Untertitelung des ZDF, 2020